Am Anfang der meisten Prozessmanagement-Initiativen steht die Prozesslandkarte. Und nach unendlichen Diskussionen im Betrieb haben sie jetzt endlich eine solche erstellt. Aber was passiert dann? Wie nutzt man diese Landkarte zur wirklichen Unternehmenssteuerung und damit sie nicht nur in den Schubladen von irgendwelchen Leuten irgendwann verschwindet und keiner guckt es mehr mehr sich an? Damit das nicht passiert, verrate ich Ihnen jetzt fünf Tipps. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Was ich immer ganz, ganz furchtbar finde, ist, wenn in einem Unternehmen mühevoll eine Prozesslandkarte erstellt worden ist, die wird durchdiskutiert durch verschiedene Gremien, Geschäftsführung, muss es abnehmen, es wird abgestimmt und schlussendlich wird sie irgendwann mal verabschiedet und irgendwann wird sie auch akzeptiert. Und dann wird sie für nichts verwendet. Sie ist einfach nur so da. Eine so da Prozesslandkarte. Bestenfalls ist sie noch der Ausgangspunkt für die weiteren Modellierungsexzesse bis in Sohle 17, wie man das Druckerpapier richtig wechselt. Aber das ist doch letztendlich für die Katz-Arbeiten par excellence. Verschwendung von Lebenszeit aller Beteiligter. Und ich habe hier fünf Tipps für Sie, die Ihre Prozesslandkarte wirklich zum Leben erwecken. Und damit Sie die Prozesslandkarte wirklich sinnvoll nutzen können, starten wir jetzt gleich los. Hier sehen Sie jetzt die Firma Leberkäs und Langsam. Auch die hat jetzt eine Prozesslandkarte und die ist relativ einfach gehalten. Wir haben also oben Führungsprozesse, unten Unterstützungsprozesse, was auch immer das sein mag. Und wir haben die vier Kernprozesse. Markt bearbeiten, Auftrag vorbereiten, Auftrag abwickeln und den Auftrag abrechnen. Vielleicht noch ein bisschen kurzer Hintergrund. Die Firma Leberkäs und Langsam ist ein Unternehmen, was Foodtrucks hat, die man eben mieten kann als Unternehmen für seine Firmenfeier. Dann kommen die und verkaufen eben, wie es der Name sagt, Leberkäs aus den Foodtrucks eben raus. Und am Ende der Feier wird dann eben alles, was verkonsumiert ist, mit dem jeweiligen Unternehmen abgerechnet. Also nicht mit den einzelnen Leuten, die den Leberkäs kaufen an den Foodtruck, sondern eben komplett wird er gebucht, eben von Firmen, z.B. für Firmenjubiläen oder Weihnachtsfeiern oder Ähnliches. Der erste Tipp, den man machen sollte, damit die Prozesslandkarte wirklich zum Leben erwächst, ist tatsächlich Inputs und Outputs zu definieren. Und das habe ich jetzt mal hier beispielhaft in diese Prozesslandkarte eingefügt. Am Beginn von Markt bearbeiten haben Sie natürlich eine gewisse Zielgruppe in einem Zielmarkt. Ihre Bedarfsgruppe, die letztendlich diejenigen sind, die Ihre Leistungen in Anspruch nehmen wollen. Und wenn Sie den Markt ordentlich bearbeitet haben, dann haben Sie danach eben entsprechende Aufträge. Der Auftrag ist die Grundlage dafür, dass Sie den Auftrag vorbereiten können. D.h. in unserem Beispiel von der Firma Leberkäs und Langsam wäre das, dass der Verkaufswagen pünktlich stattbereit ist und eben los kann für den jeweiligen Auftrag an diesem Tag. Dann wird der Auftrag abgewickelt, sprich auf dem Firmengelände wird eben dann die Mitarbeiter oder die Gäste, die eben eingeladen sind, werden eben entsprechend mit Leberkäs und Getränken versorgt. Und am Ende eben von diesem Auftrag abwickeln, ist jeder satt. Das wäre so ein Output. Danach, wenn das Ganze dann rum ist, wird es irgendwann auch abgerechnet und irgendwann ist die Rechnung bezahlt und das Geld ist eingegangen. Mit diesen Inputs und Outputs haben Sie jetzt schon mal einen ganz, ganz wesentlichen Schritt weiter nach vorne gebracht, damit Ihre Prozesslandkarte wirklich ein Steuerungsinstrument wird. Und wenn Sie sich mal anschauen möchten, wie man sowas in einer bestimmten Prozessmanagement-Suite mal angucken, also umsetzen kann, z.B. in ADONIS von der Firma BOC, haben wir hier zum Thema Inputs und Outputs nochmal ein Video verlinkt. Da können Sie nochmal genauer mit reinschauen. Der nächste Schritt wäre, das ist dann der Tipp 2, bestimmen Sie Prozessverantwortliche. Also, ich habe das mal eingetragen, hier jetzt auch in unsere Prozesslandkarte. Wir haben jetzt eben für den Prozessmarkt bearbeiten, ist es der Herr Mayer, für den Auftrag vorbereiten ist es die Frau Müller, für den Auftrag abwickeln der Herr Huber und für den Auftrag abrechnen die Frau Schmidt. Die werden jetzt eben zuständig, dass diese Prozesse eben ordnungsgemäß laufen. Aber was heißt jetzt ordnungsgemäß laufen? Dazu brauchen wir natürlich irgendwelche Daten, und zwar Prozessdaten. Und das ist der Tipp Nummer 3 für die Prozesslandkarte. Auf dieser obersten Ebene reichen Ihnen ein paar ganz einfache und wenige Prozesskennzahlen, aber die sind sofort ein Indikator, ob irgendwo was rund läuft. Ich habe das eingetragen in unserem Beispiel für die Firma Leberkäs und Langsam. Es gibt ungefähr 500 Unternehmen, die in Frage kämen, eben die Leistungen der Firma Leberkäs und Langsam zu buchen. Und diese Zielgruppe im Zielmarkt sind also 500 Unternehmen. Daraus gewinnen Sie eben, das sind die historischen Daten, vom letzten Jahr zwölf Aufträge. Diese zwölf Aufträge werden eben entsprechend vorbereitet. Und in drei von zwölf Fällen ist der Wagen wirklich pünktlich stattbereit. Ansonsten fehlt noch irgendwie was, oder es muss nur noch eine Kiste Bier eingeladen werden, oder irgendein Mitarbeiter ist vielleicht zu spät, oder wie auch immer auf jeden Fall. In drei von zwölf Fällen ist der Wagen pünktlich abgefahren. In neun von zwölf Fällen gab es Verzögerungen. Da ist der Auftrag abgewickelt worden. Und hinten bei jeder ist satt. In unserem Fall, ein bisschen, ein bisschen, bei grinsen. Bei drei von zwölf Festen war der Leberkäs vorzeitig ausverkauft. Und bei sieben von zwölf Festen waren lange Schlangen am Ende des Festes. Immer noch vor dem Foodtruck und wollten Leberkäs haben, haben aber keinen bekommen, weil sie eben zu langsam waren in der Ausgabe. Sprich, es war eben, keine Ahnung, 20 Uhr, die Feier war beendet und immer noch waren die Schlangen vor der Ausgabe und keiner hat was gekriegt. Also, jeder ist satt, wäre in dem Fall ausbaufähig. Dann hat die Frau Schmidt den Auftrag abgerechnet und irgendwann ist dann das Geld eingegangen. Sprich, 127 Tage nach Ende des Festes war das Geld am Konto. So, Sie sehen bereits an diesen Beispielzahlen sofort, wo die Sachen natürlich im Argen liegen. Und damit man das ein bisschen genauer sich noch anschauen kann, kann man nämlich, und das ist der Tipp Nummer drei, eben dann entsprechend tiefer gehen und sagen, okay, Markt bearbeiten, was kann ich denn da eigentlich wirklich auf einer tieferen Prozessebene, was sehe ich denn da? Ich habe also immer noch die 500 Unternehmen als Zielgruppe im Zielmarkt. Sichtbarkeit erhöhen wäre doch zuerst ein Prozessschritt dazwischen und der führt eben zu Anfragen. Die Anfragen sind tatsächlich gezählt worden, es gab 14 Anfragen. So, und dann nach den Anfragen hat man versucht, die in einen Auftrag zu konvertieren, sprich einen Auftrag akquirieren. Aus den 14 Anfragen wurden 12 Aufträge. Und damit sieht man unmittelbar, eigentlich haben wir ja die meisten Anfragen wirklich in Aufträge verwandeln können. Also, das scheint das Problem nicht zu sein. Aber es kennt uns keiner an den entsprechenden Zielgruppen, deswegen gibt es zu wenige Anfragen. Also, dargestellt auch mit dem entsprechenden Fragezeichen unter dem Prozess Sichtbarkeit erhöhen, es gibt schlichtweg keinen Marketingprozess, der ist nicht vorhanden. Und das wäre jetzt dann der nächste Schritt, wenn man sagt, Herr Meier, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie können wir vielleicht unser Marketing verbessern? Denn der Herr Meier akquiriert ja sämtliche Aufträge, wo die Anfragende reinkommen oder fast alle. Aber das mit dem Marketing ist halt entsprechend schwierig. Der Tipp Nummer 5 dann wäre tatsächlich, starten Sie jetzt ein Verbesserungsprojekt. Also, wirklich jetzt aus diesen Kennzahlen, aus der Prozesslandkarte heraus, fangen Sie an. Mein Beispiel war eben, dass die Firma Lebeck ist und langsam sich Gedanken darüber macht, wie kann eben ein Marketingprozess aussehen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Das war jetzt an einem etwas nicht ganz ernst gemeinten Beispiel, aber letztendlich ist das Prinzip übertragbar auf alle Arten von Unternehmen, dass Sie wirklich mit Ihrer Prozesslandkarte auf der obersten Ebene durch das Definieren von Inputs und Outputs sowie der wesentlichen Prozesskennzahlen und vor allem der Prozessverantwortlichen in der Lage sind, Ihre Abläufe wirklich zu steuern. Wie nutzen Sie jetzt die Prozesslandkarte im Unternehmen? Sind es tote Foliensätze für die Hundablage oder ist es wirklich Teil einer aktiven Unternehmenssteuerung? Schreiben Sie mir doch Ihre Erlebnisse aus den Betrieben in die Kommentare rein. Ich freue mich da wirklich drauf und wir greifen das auch immer wieder mit auf. Danke für Ihre Zeit, wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder